Ich freue mich sehr, dass wir, der Erzbischof von Finnland, die Erzbischöfin von Schweden und ich als Ratsvorsitzende der EKD jetzt hier bei dieser Tagung zusammengekommen sind, zusammen mit unseren Delegationen und über wichtige Themen reden konnten, die uns in Europa gemeinsam beschäftigen. Was ist die Zukunft der Kirche? Wie können wir uns als Kirche in der Öffentlichkeit äußern? Es war einfach toll, wie viele Anstöße wir von euch bekommen haben. Es ist wirklich eine Freude zu haben, diese Trilateral-Konsultation zu haben. Es ist die erste Zeit für uns zu sein, in dieser Kombination zu sein. Wir haben eine Gespräche über wichtige Themen und Fragen in unseren Kirchen, und es gibt viel zu erkennen, dass wir die gleichen Probleme haben, und wir haben auch die gleichen Freude gesehen. Wir haben über die Theologie publikale, über was die Pastor-Ministrie bedeutet heute, und über was wir sehen, und was für gut sind. Was ist die Veränderung, das ist wirklich ein Problem, das die wir arbeiten, in unseren Gelegenheiten und in unseren Gelegenheiten. Also, ich habe auch viel Spaß gemacht, über diese Tage hier in Berlin. Ich denke, dass unsere Kirche brauchen so eine sehr profanische, dieologische Gedanken, weil die Menge abgültische Probleme ist so groß, dass wir eine gewisse Basis brauchen, um die Dinge anzunehmen. Und ich bin sehr glücklich mit den Ergebnissen von diesen Negotiations. Und wie Antje sagt, wir haben so viele Dinge zusammengebracht, in Nordischen Ländern und hier in Deutschland, und wir haben unsere Gemeinschafts-Witness zu tun als Kirchen. Und es ist eine Freude, mit dieser Unternehmen zu joinen und mit diesen Problemen.